Aber, du hast den Tod! Du hast den Tod! Immer hier zählst du, bevor. Muss dir was passieren, sagt? Du bist doch sicher nicht der Fall lieb! Soll ich das bis bald? Aber was ist das? Soll ich 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 das? Was für ein Blutbad! Beides! Gleich verstummst du! Halt! 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 Hier! So! 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 war doch mit interessantes gespräch man doch hier fühlen konnte ach so okay bin ja gespannt mal bis gestern abend nachmittag waren 23 stimmen und vorteil für dringendogma und dann zum abend hat sie alles noch mal dagegen dagegen entschieden nicht dafür entschieden so muss ich sagen oder ich weiß es nicht Das ist so schön. Ich muss nachher den Kahn. Wenn ich die Arbeiten sehe, bin ich froh, dass ich nicht lesen kann. Was? Na, toll? Ja, ne? Oh, kakalaka. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja, na, 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 na. ja mhm und so ja nein so ein bisschen mehr teiler ich schmuggel mich mal hier durch die ruckstück durch steht jetzt mal so ein buch um einer das war doch mal ganz kurz feierkarten wenn man das bitte sehen hört also ich muss schnell noch eine gedeihe du ich würde mal gerade gerne im martin wissen die leute es hat sich doch gut oder hat jetzt schon mal hmm ne ist nicht einfach so um, ist ja ekelhaft Nee, riecht ja auch mal wie so ein Gubi. So. Ja? Hm, okay. Oh. Wow, danke dafür. Wow, danke dafür. Nein! Hm? Ja, Alter, wagen wir jetzt nicht. Äh, hallo? Haben wir jetzt gewohnt? Hm, ja. Äh, hallo? Ähm, ich hätte den Rücken hoch gemacht. So. Guck dir das dann durch, hab ich gedacht, boah, und hätte ich ja nicht gedacht. Ähm. Oh, cool. Ähm, 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 ich muss mich war'n. Ähm, ähm, ähm. Epic doof? Ich kann hier rauskommen, dass er klappt so. Aha. Lass mal raus, ich aus der Porto. Ebi, au. Hallo. So. Hm, 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 hm. Ach, der will immer Bücher haben. Sehr gut. Mit Sicherheit hat dies niemand sonst in der Stadt gesehen. Solltest du mehr finden, bin ich hier. Wer kriegt dafür? Hast du etwas für mich? Bisher nicht. Vielleicht... Ja, gut. Ta-da. Ja, gut. 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 So, ich wollte mir jetzt mal fragen, was ist es dieses Mal? Stechen, stehlen, erstechen und dann stehlen? Das ist dein Gebiet, Nihaal. Du hast vielleicht einen Finger verloren, aber deinen Scham hast du noch. jetzt Konin jetzt am Start. Achman signiert seine Arbeit immer. Das ist eindeutig sein Werk. Schaubilder, Maschinen und andere Seltsamkeiten. Das ist ganz klar Achmans Werkstatt. Aber wo ist er nur? Entschuldigung, kann ich dir helfen? Ich bin auf der Suche nach Ahmad. Weißt du, wo ich ihn finde? Vielleicht kann ich behilflich sein. Folge mir. Ah ja. Das ist auch schon ein Spackner, oder? Ist das dein erster Besuch im Haus der Weisheit? Nein. Als Kinder brachten eine Freundin und ich und in eurer Bibliothek heimlich das Lesen. Alle jungen Leute sollten eurem ehrbaren Beispiel folgen. Die Wärter, die uns jeden Tag von den Bücherstafeln vertrieben, sahen das anders. Sie taten nur ihre Pflicht. Und was studiertest du im Haus der Weisheit? Ich war für Gedichte und Helden Geschichten zu haben. Meine Freundin eher für heidnische Götter und dunkle Magie. Interessant. Und bist du deiner jugendlichen Leidenschaft gefolgt und zum Gelehrten geworden? Wenn es so viel zu erleben gibt? Nein. Man könnte sagen, ich bin ein Mann mit einer Mission. Ah, verstehe. Und was ist mit deiner Freundin? Nein, nein. Sie ist immer noch auf der Suche nach etwas. Nur weiß ich nicht, wonach. Meine Scham. Nun eile dich. Es ist nicht mehr weit. Die Sonne ist so angenehm auf der Hand. Nicht mit der schweren Rüstung, die ein Stück bleibt. Also weiß ich nicht, nicht los. Jetzt sind Sie auch auf dem Weg. Die Sonne. Wenn Sie dort fahren, sind Sie noch in der Zeit, die durch Pulsen runterzunehmen. Das ist ein rotes Recht. Jetzt sind Sie dann nicht losgekommen. Ich lösch dich aus! Ich lösch dich aus! Ich lösch dich von meinen schiefen Kerzen! Das war nicht recht! Geh! Geh und ich werde einfach Mist! Und so was war? Bitte! Tu mir nichts! Du hast mich in eine Falle gelockt! Ich sollte dich gleich hier erschlagen! Verschone mich bitte! Dann sage mir, wo ist Ahmad ibn Musa? Bitte Herr, ich weiß nicht wo er ist! Wirklich, ich weiß es nicht! Was sollte dann der Hinterhalt? Er... er hat es verlangt! Wer denn? Doch sicher nicht Ahmad! Ich kenne seinen Namen nicht! Er trägt stets eine Maske! Und was will dieser maskierte Mann? Er befiehlt mir alle von der Grabungsstätte beim Haus der Weisheit fernzuhalten! Sonst... Sonst was? Er stellt etwas mit meinem Kopf an! Wie bei den anderen! Bitte verschone den armen Mammit! Wo ist diese Grabungsstätte? Ja! In der Wildnis! Vor der Stadt! Ich zeichne dir gleich eine Karte! Die Karte sollte mir den Weg weisen! So! So! Mmh! Guck mal, wie das schaffen wir! Mmh! Guck mal, wie das schaffen wir! Das, das, und dann... Da war schon wieder was da, wo ich bin will! Mmh! Mmh! immer war dieser volk und wein ja kein rubin wie sonst ich weiß dass du hier bist so viel zum versteckt bleiben ja 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 nein ich würde wahnsinnig werden hey verdammt bleib mir vom leib wenn du ein Mann wärst, würdest du kämpfen bleib mir vom leib lass mir kommen Allah steht dir bei ja 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 Was? Yo Oh, goodbye Ja, ja Hm Und wer da Blutdorst schürt muss Wo ist denn die Spawn hier? Ah, gut Nein Hier gibt niemand mehr Kraft Niemand, den ich nicht bestimme Ich bin jetzt weggeboostet Doof Habe ich gerade noch auseinander erinnern Hm, ich finde mich nicht mehr sei Hm Was weiß ich Gute Gute mich nicht Bitte Gib mir mehr Zeit Ich habe es fast gelöst Keine Sorge Ich bin nicht hier um dich zu töten Was versuchst du da zu lösen Das Buch Ich sagte ich könnte es nicht Ich kenne die Sprache nicht Aber sie ließ mir keine Wahl Wer? Wer? Eine Frau namens Sarah Eine der Gelehrten hier Was ist das für ein Buch? Wie heißt es? Ich weiß nur Ich weiß es nicht Sie könnte überall in der Stadt sein Ich will nur nach Hause In Ordnung Bring dich in Sicherheit Ehe die Wachen wiederkommen Wie ist denn klar eure Meinung Bist du jetzt zum SNS Creed Teil hier? Dieser Brief ist auch im Servieter Ist es eine unschuldige Befugung der etwas nächstere Rettung Ist das für dich so ein altes SNS Creed Oder sagt er Ja gut Der SNS Creed Geil Geil so Na gut Und spark Man sparkt sich Man hilft Deswegen Eieieiei Eieiei Eieieiei Na ja Zack 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 So Naja über die Höhe dass wir das wochen über 400 meter aber es ist niemand das ist die gelegenheit dass du durchsuchen mit der falle jahre nur bei der 2 mai noch und er wird einfach nicht so verletzt und es wird wieder dann werden wir das Ziel das Ziel ich hoffe dass wir uns auf die Fische das Ziel das Ziel Schatz. Mhm, da drüben. Hallo. Oh, okay. Oh, bitte. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay.